Das war ne heiße März in Zeit Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt, man sagt uns wieder ab, Sand, Kraut und Lot und alledem Ja, hallo zusammen, ja, wird wohl auch für mich Zeit mal zu diesem unsäglichen Problem TPD2 und meinen Kanal Stellung zu nehmen. Das haben ja schon viele andere YouTuber gemacht Ralf und Obi zum Beispiel, ihr findet entsprechenden Link in diesem Video, Infocards und so weiter Viele andere YouTuber haben jetzt auch schon ihre Kanäle dicht gemacht, in vorauseigendem Gehorsam Ja, und auch ich musste mich natürlich jetzt mal ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigen So unschön sie auch ist Ja, wie werde ich die ganze Geschichte halten? Also um das mal vorweg zu nehmen, ich war in diesem ganzen Thema mit dem Rechtsgutachten nicht mitbeteiligt Das lief so irgendwie an mir völlig vorbei Ich bekomme jetzt nur sozusagen immer die kommentierte Version aus anderen Videos vorgelegt Aber gut, damit kann man natürlich auch irgendwo arbeiten Ja, natürlich bedeutet diese TPD2 und Werbeverbot auch für mich eine gewisse Sache, wie ich mit diesen Videos jetzt weiter verfahren muss Insbesondere halt Reviews Wobei die natürlich bei mir nur einen gewissen Teil ausmachen Meine Whiteboard-Serie und solche Geschichten sind natürlich von irgendwelchen Werbeverboten zu gar nicht betroffen Ich habe mir da lange Gedanken zu gemacht Sehr lange Ich denke, ich werde es ähnlich halten wie Obi und Laubsbacher und ähnliche Leute und werde meinen Kanal erstmal keinsterweise löschen und auch auf keinsterweise in irgendeiner Form die Videos einstellen oder sowas Ich werde das meiste eigentlich sogar so belassen, wie es ist Bedeutet auch, dass bisherige Reviews bei mir fast uneingeschränkt oben bleiben Nur alles wo ich Rabattcodes zum Beispiel oder Rabattaktionen von Händlern erwähnt habe Werde ich vom Netz nehmen Weil da könnte man mir wirklich eine werbende Aussprache oder wie auch immer vorwerfen Ich erwähne Werbeaktionen oder sowas in der Richtung Das möchte ich nun wirklich vermeiden, dass man mir daraus einen Strick dreht Auch werdet ihr jetzt schon bemerkt haben, dass mein Intro länger ist Ganz einfach diese rechtlichen Hinweise müssen sein Wer das aber mit etwas Aufmerksamkeit verfolgt hat wird sehen, dass ich da tatsächlich davon spreche Was ist mit gesponsorten Geräten Und da werde ich mal etwas mutiger sein als die beiden Kollegen, die ich jetzt erwähnt habe Ich werde weiter auch Geräte zur Ansicht annehmen Mit wahrscheinlich dem Unterschied A, dass es keine Links zu den Händlern gibt Ich habe auch schon alle rausgenommen, die ich so gefunden habe bei meinen Testvideos Damit da auch auf gar keinen Fall nochmal irgendwie eine werbende Aussage gefunden werden kann Und ich kann es nur nochmal hier sagen Es hat nie, nie irgendeinen Geld-Austausch zwischen mir und einem Hersteller, der mich in irgendeiner Form um eine Review gebeten hat gegeben Die wird es natürlich auch in Zukunft sowieso nicht geben Ich habe keinerlei Werbevertrag angenommen Und ich kann auch bei jedem einzelnen Händler, der mich bemustert hat ganz klar nachweisen, dass der Kommunikation festgelegt wurde dass meine Review meine komplette eigene Meinung darstellt und auch meine komplette Erfahrung mit was auch immer ich da in die Hand bekommen habe Das kann ich also bei jedem einzelnen Gerät, was ich bekommen habe, nachweisen Dementsprechend ist das, wie auch jetzt im Intro genannt, die Tatsache, dass es sich um eine freie Meinungsäußerung handelt um einen Testbericht und keine Werbung Ihr könnt auch sicherlich sehen, in den meisten Reviews, die ich so gemacht habe Ich habe ja eher, sag ich mal, maximal das mittlere Preissegment Bei den meisten hatte ich irgendwo immer etwas auszusetzen Da sehe ich schon ganz klar, dass das eine Review ist und keine Werbung Ich gehe natürlich damit ein gewisses Risiko ein, was die beiden anderen jetzt nicht eingehen Aber ich bin in dem Sinne einfach nicht bereit, mich so weit selber zu zensieren Ich hoffe, die ganze Geschichte geht gut aus und ich lande nicht unter der Brücke Aber ich sag mal so, freie Meinung muss man auch mal verteidigen Und ich habe eine Menge Videos hier auch gemacht, die meiner Meinung nach schon einen etwas kämpferischen Ton hatten Wir müssen kämpfen, wir können nicht und dies und jenes Man erinnert sich an das letzte Video mit dem YouTube-PK auf dem Thumbnail Wer wäre ich, dass ich solche Videos drehe und jetzt so komplett mich verbiege, wie auch immer, um da irgendwie durchzukommen Ja, da käme ich mir sehr bigott vor und ganz ehrlich, wenn ich mich so verbiegen würde, dann könnte ich den Kanal auch nicht machen Ganz klar, denn dann wäre das nicht mehr der Kanal, wie ich ihn betreiben wollte Sondern halt, wie gesagt, irgendwas Verbogenes, Verzogenes, was ich nicht machen möchte Ich werde allerdings noch etwas hier feststellen, damit auch da Klarheit besteht Die Geräte, die ich jetzt bekommen habe über dieses Sponsorer Ich habe ja jedes Video ganz klar auch markiert, wo ich das Gerät kostenlos bekommen habe Diese Geräte, wie jetzt den Nugget oder sowas, der jetzt hier rumsteht Werde ich nicht behalten Ich spiele im Augenblick mit dem Gedanken, der mir am angenehmsten oder angebrachtesten erscheint Dass ich diese Geräte in einzelnen Paketen, wenn sich das anbietet, Aktionen wie Dampfer-Elfen-Dampfer zur Verfügung stelle Dann kann man mir auch dort keinerlei Gewinn mehr nachweisen Weil ich habe die Geräte getestet, ich habe sie reviewed und dann im Paket abgegeben Wer dann noch in irgendeiner Form eine Vorteilsnahme von mir sieht, der muss mir das mal ganz ruhig erklären Da sehe ich nicht Gut, Interviews mit Händlern habe ich nie gemacht Hätte ich gerne mal vielleicht, aber gut Dann kann es das halt auch jetzt so nicht geben Werde ich dann leider lassen müssen Das Problem ist, dass dieses Video, was ich jetzt mache, natürlich auch nur eine Momentaufnahme ist Denn, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, das Werbeverbot in der TPD ist noch nicht mal das allerfieseste Das allergemeinste ist noch der sogenannte Ermächtigungsparagraf da drin 1935 war noch nicht alles schlecht in Deutschland Um es mal kurz zu umreißen Sollte sich die Kommission irgendwann genötigt fühlen An der TPD noch irgendwas zu schrauben Gibt es kein Parlament und nichts an demokratischen Organen, die dem Ganzen im Weg stehen Dann wird deren Meinung gesetzt Ich meine, den Spaß hatten wir in NRW ja schon mal mit unserer guten Barbara Steffens, die ihre Meinung äußerte und meinte, das wäre dann auch Gesetz Und wo auch dann Verstreckungsbehörden meinten, das wäre Gesetz Und sich genötigt fühlten, irgendwelchen Händlern mal 7 Uhr morgens die Tür einzutreten Ähhh Break new world Ja und Dementsprechend kann es sein, dass ich auf Änderungen, die sich da ergeben Sobald sie mir bekannt sind Entsprechend schnell reagieren muss Da Ich muss mich ja auch irgendwo selber schützen Ja und gerade wenn ich dann wieder sehe Was da So alles brodelt Dann Sehe ich da noch eine Menge Spaß auf uns zukommen Ich meine Der schönste Spaßbringer in der ganzen Geschichte Sie haben noch das CKF Zett mit ihrer Galionsfigur der Pötzke Langer vorneweg Die ja nicht müde werden da weiter ins Feld zu schießen mit irgendwelchen Dingen Seit einiger Zeit haben sie jetzt die Kinder gefunden um die sie sich Sorgen machen müssen wo sie also dann die abenteuerlichsten Sachen zusammenfassen Da geht jetzt A das alte Thema Geschmack von wegen das Vanille und Schokoliquid gibt es ja nur weil das dann auch Kinder dampfen sollen die dann nachher rauchen dass das einfach den Erwachsenen Dampfern besser schmeckt und die dann nicht rauchen müssen statt zu dampfen weil es halt einfach leckerer ist wenn man das mit mehr Genuss machen kann fällt ja völlig flach Nein Es geht ja noch weiter Die haben ja jetzt seit einiger Zeit auch die Farben von Dampfen entdeckt Die gute Frau Rufa Schlanger vom DKFZ hat ja da auch ein interessantes Schriftstück ins Netz gestellt Link findet ihr unter diesem Video wo sie sagt dass Dampfen die frei verkäuflich sind als Lifestyle-Produkt nur noch schwarz und grau sein dürften weil solche rot das wäre ja nur als Dampf erhältlich damit das Kinderkaufen Das hier habe ich nicht in der Kinderabteilung gekauft Frau Potscher-Langer das würde mir dann auch nicht passen wenn es aus der Kinderabteilung wäre 5XL brauche ich schon sonst passt mir das nicht Frau Potscher-Langer ich möchte Ihnen nicht irgendwie die eine Lüge vorwerfen oder vorgeschobene Gründe das will ich echt nicht aber wenn sie meinen dass der Jugendschutz nur durch die Apothekenpflicht gewährleistet ist wie soll ich mir dem nächsten Apothekenbesuch bei mir vorstellen gehe ich da hin kaufe mir eine Packung Aspirin dann noch eine Flasche Jack Daniels damit ich die Aspirin nachher brauche und einen Titten-Film damit sozusagen ich den Grund habe die Jack Daniels mit viel Karacho runter zu kippen ja wenn die Apotheken der Bestdauer das für Jugendschutz sind müssen wir das auch wirklich konsequent machen nicht so halb gar nur mit der E-Zigarette da gibt es die Kippen und sagt Bonus und Alkohol bitte auch nur noch in der Apotheke weiß natürlich nicht ob Ihre Kollegen das da verkaufen wollen aber hey Sie haben den Vorschlag gemacht nicht ich und was diese herzlichen Geschmäcker angeht ist okay wenn es Ihre Meinung ist dass Vanille und Schoko kindig ist und Sie in der Eisdiele nur Grünkernbratling und Radiergummi bestellen wollen hey es ist Ihre Zunge die das runter wirken muss nicht meine aber ich muss dann doch mal eine Frage stellen ich war vor einiger Zeit mal in einer Drogerie und da habe ich ein Produkt käuflich erworben das farbig ist und mit Fruchtgeschmack jetzt gibt es böse Zungen dass Sie dieses Produkt vielleicht gar nicht kennen weil Sie zu wenig Gelegenheit haben um das auszuprobieren und dass daher vielleicht auch Ihr etwas verkniffener Kampf gegen die E-Zigerette kommt eine Meinung die ich mir wieder zu eigen machen möchte und mich auch gar nicht genau mit dem Thema beschäftigen möchte aber jetzt gucken wir mal da rein was das ist was ich da gekauft habe das hier ja das sind Präservative schräg sich Kondome jetzt hier in Orange äh steht dabei welcher Geschmack oder so das sagen soll nein steht nicht dabei aber wir haben ja noch ein paar mehr Farben wir sehen hier ein wunderschönes Blau ein knalliges Rot und hier haben wir auch noch etwas Gelbes dabei also von dem Aufdruck hier auf der Schachtel die auch sehr bunt ist ja würde ich mal sagen dass das hier wahrscheinlich Banane Erdbeer und Orange darstellen soll das Blaue haben sie gar nicht jetzt direkt bezeichnet was das sein soll gut ist ja auch egal so jetzt habe ich mal eine Frage wenn jetzt bunte Farben und ein fruchtiger süßlicher Geschmack oder Geruch boah sprich das künstlich auch ähm der ein das Marketing an Kinder darstellen soll wofür genau meinen sie würden Kinder dieses Produkt kaufen wo ist bei dem Hersteller sozusagen der die Meinung entstanden dass er dieses Produkt am besten so herstellt dass Kinder es kaufen die Frage hätte ich doch gerne mal von ihm beantwortet aber ich fürchte das kann ich dann auch genauso gut die Wand fragen wenn ich da ein Gesicht drauf male ungefähr die Antwort werde ich auch bekommen ja wie gesagt ich will mich da auch gar nicht in Mutmaßungen bewegen ähm ich lese nur diese gerne dass halt das DKFZ mit der Pharmaindustrie sagen wir äh mehr oder weniger verbunden ist und wir dementsprechend äh jetzt das Ziel einer Kampagne gegen das Dampfen ausgesetzt sind ganz einfach weil äh diese ganzen Tabakentwöhnungsprodukte die es in der Apotheke gibt nicht mehr den Absatz finden der eingeplant ist tut mich ja leid fast aber äh das ist nun mal jetzt das ist die Situation ja damit müssen sie dann halt auch mal klar kommen und dass sie sozusagen in Europa damit gescheitert sind das ganze in die Apotheke zu bringen lässt mich aufatmen ähm jetzt versuchen sie es halt über diese Schiene die natürlich eigentlich völlig sinnlos ist ja wieso wollen sie den Verkauf von Budden äh sehen sie eine Gefahr von Budden E-Zigaretten die an Kinder verkauft werden wenn der Verkauf doch erst ab 18 erlaubt ist ja wir haben jetzt schon eine Einschränkung des Verkaufs ja dass er halt nicht an Jugendliche oder Kinder abgegeben werden kann trotzdem werden sie nicht müde zu sagen ja dann muss das aber in die Apotheke damit das nicht an Kinder verkauft wird ja da muss ich mir schon schwer auf die Zunge beißen um nicht die Grenzen der Satire zu sprengen die Grenzen des gesunden Menschenverstandes sprengen sie dabei aber gut kommen wir zurück zu dem ursprünglichen Thema mit meinem Kanal ähm ich werde mich natürlich jetzt auch ein bisschen mehr wieder auf die Whiteboard Videos konzentrieren jetzt einfach weil das auch der unverfängliche Inhalt ist wie gesagt ein paar Videos werdet ihr von mir leider missen müssen die müssen leider runter äh ein großes Teil bleibt drin ja und wie gesagt ich werde es einfach mal wagen noch weiter Geräte zur Ansicht anzunehmen unter der Permisse a dass sie wie immer meine Meinung nicht beeinflussen ja und b ich diese Geräte später nach der Review äh in irgendeiner Form abgebe und zwar wie gesagt am besten über solche Organisationen wie Dampfer helfen Dampfer äh dass man mir da auch keine Vorteilsnahme in irgendeiner Form noch äh andichten kann äh zum Thema äh YouTube und Geld sei auch noch gesagt ich werde keinerlei Reviews mehr monetarisieren ich habe auch die Monetarisierung sämtlicher Reviews abgeschaltet egal ob gekaufte Geräte oder gesponsorte Geräte oder sonst irgendwas ähm wobei gut ich habe mit meinen YouTube Videos nie Geld verdient ja äh ich habe nie eine Auszahlung bei Google bekommen ich hätte mir also von dem Geld nicht mal einen Drip-Trip kaufen können äh war auch nie mein Ziel ich habe damals die Videos monetarisiert ähm nicht um in ein Netzwerk zu kommen ich bin in keinem YouTube-Netzwerk ich habe davon nie viel gehalten und äh die Angebote die ich jetzt mittlerweile auch bekommen habe ich äh sehe da nicht den Sinn drin mal ganz platt gesagt ähm ich möchte dann auch eigentlich mit diesen Videos kein Geld verdienen sie sind reines Hobby und so soll es auch bleiben äh ich habe die Monetarisierung damals eingeschaltet weil wenn man die Videos monetarisiert wenn man einige weitere technische Möglichkeiten bei YouTube hat zum Beispiel längere Videos hochladen zum Beispiel einige Editor-Möglichkeiten ähm theoretisch könnte ich an einigen Schulungen von YouTube teilnehmen wenn ich denn auch nur ansatzweise die Zeit für sowas hätte aber ich habe ja nicht mal die Zeit vernünftig Videos zu drehen im Augenblick äh und hänge der ganzen Geschichte so ganz furchtbar nach äh dementsprechend ähm naja kann ich die Vorteile die eine Monetarisierung bietet auch nur teilweise nutzen gesagt es geht mir dabei nicht um Geld ich möchte gar kein Geld damit verdienen ähm mir reicht es einfach dass ich sag ich mal äh die Möglichkeit habe meine Videos entsprechend lang zu machen äh dass ich ähm auf verschiedene technischen Möglichkeiten von YouTube zugreifen kann die man halt nicht hätte wenn man halt nicht monetarisiert aber gut ich habe genug andere Videos die ich monetarisieren kann die Videos werden generell nicht mehr monetarisiert alle anderen rechtlichen Dinge habe ich im Intro jetzt nochmal äh mit verewigt ich weiß manche Leute mögen dieses Intro-Lied nicht ihr müsst es jetzt ein bisschen länger ertragen dafür könnt ihr dann der Frau Potschke-Langer und all den anderen äh Leuten die an der Ausarbeitung der TPD äh verantwortlich waren ein herzliches Dankeschön zu kommen lassen ähm alle anderen die es gerne hören bedankt euch einfach bei Petra die das so schön gesungen hat und äh den Musikern die das mir zur Verfügung gestellt haben ähm in diesem Sinne ähm drückt immer ein bisschen die Daumen dass mein Mut äh nicht äh zur Bärenfalle rückt und ähm freut euch einfach noch auf ein paar Videos von mir die dann wieder kommen in diesem Sinne bedanke ich mich für all die Aufmerksamkeit die ich in den über 4 Jahren die ich jetzt Videos mache auf Youtube von euch bekommen habe ähm wir werden sehen wie sich halt diese ganze TPD-Geschichte weiterentwickelt äh ich danke all den Kollegen äh die Videos gemacht haben und jetzt leider nicht mehr dabei sein können wollen äh für ihre Unterstützung ja weil ganz klar alleine kriegt man das eh alles nicht hin ich war immer froh wenn es noch weitere Leute gab die sich dazu bereit erklärt haben Videos zu machen und ich hoffe dass wenn wir mal einen äh etwas ja besseren und klareren rechtlichen Rahmen haben denn alles was wir im Augenblick haben ist nur dass es verboten ist Werbung zu machen was also wo Werbung anfängt und wo Werbung aufhört das ist nicht geklärt und selbst ein Rechtsgutachten ist nichts anderes als sagen wir mal eine Meinung von jemand der sich auskennt in rechtlichen Dingen aber die nicht unbedingt äh nachher auch wirklich die rechtliche ähm Wirklichkeit widerspiegeln müssen ja es kann durchaus sein dass Gerichte plötzlich ganz anders entscheiden die dann sagt der eine Richter ja das hochhalten von der Dampfe äh ist schon die Werbung ja weil da könnte ja schon einer sehen und erkennen was das für eine Dampf ist die du da benutzt oder ein anderer Richter sagt also ne solange derjenige nicht per Vertrag verpflichtet ist dieses Gerät gut dastehen zu lassen ist das alles keine Werbung dementsprechend befinden wir uns alle im Blindflug äh ich flieg ein bisschen voraus die anderen ein bisschen hinterher und manche sind ganz schnell gelandet äh wir werden sehen wie es sich entwickelt ne aber wie gesagt ich äh kann nur sagen entweder mache ich so weit oder gar nicht in diesem Sinne man sieht's nicht doch sind wir frisch und wohl der Mut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut die hält uns warm trotz alledem Trotz alledem und alledem es gilt uns gleich trotz alledem geschüttelt und ein Gas gewinnt doch weiter nichts trotz alledem